Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen bei Reps Play. Joa, diesmal gibt es mal ein anderes Grim Deck, das habe ich von Agora GG. Und ich bin gespannt, ob das gut wird. Wer geht denn wo? Also, du gehst links oder was? Ja, Gehro ist rechts. Okay, dann gehe ich rechts und Gideon in die Mitte. Okay, dann passt's. So, Ritz ist mit am Start, der Confusion ist mit am Start und, joa, ihr kennt das Spiel. Joa, sorry, dass in letzter Zeit so viel Grim kommt. Ich probiere das ein bisschen zu mixen. Allerdings, wenn ich ein Energy Carry spielen muss, dann nehme ich halt meistens Grim, weil es halt einfach mein Lieblingsheld ist. Joa, ne? Ihr wisst Bescheid. So, Minions, bitte. Bitte gerne Minions. Ich habe das Deck hier noch nie ausprobiert, so sieht das aus. Kann ja mal hier so durchgehen. Können wir euch das mal so angucken, was da so drin ist. Wie gesagt, habe ich von Agora, da ist auch Rüstung und sowas dabei, falls ich das brauche und zu squishy bin. Aber ich werde ihn, äh, vorrängig auf Damage spielen. So, ich bin alleine hier. Ich auch. Dann sind die erst im Jungle den Red Buff machen. Solange so unseren in Ruhe lassen. Ich hasse es am Anfang, counter-gejungled zu werden, ne? Gerade, wenn ich Kalari spiele oder so, die am Anfang nichts aushält. Ja. Ja, bevor du mit Kalari habe ich alle drei Skills. Alter, ich bin tot. Yo. Alter. Die waren alle, alle auf meiner Lane. Dann, äh, geht besser aus dem Jungle zurück. Scheiße, ey. Warum immer ich am Anfang? So mies. Äh, alle kommen dann dahin. Ich glaube, man sollte am Anfang warten. Ach, fuck. Wo, Mitte? Ja. Man sollte am Anfang, äh, nicht... Ach, die machen Deathball, Alter. Das ist auch tot. Oh, der eine ist fast tot, ey. Man. Auf dem Weg dahin nicht. Oh, ne. Alter, die blocken mich. Die sterben alle. Das. Alter, wie die mich geblockt haben. Zu dritt auf einmal, flupp um mich rum. Oh, nö. Vielleicht sollten wir sowas auch mal am Anfang machen. Ich hasse so lame Aktionen, ne? Also, ich hab das... Damals war das ja so die Meta hier bei Paragon. Ja, ja. Früher war das so. Locker. Aber ich bin auch echt froh, dass es eigentlich zu größtenteils aufgehört hat. Ja, aber wie man sieht, geht es immer noch so weiter. Boah, die ist fast tot. Nein. Fuck. Knapp. Keiß, ey. Boah, Alter. Ist der andere Twin. Gideon, hilf mir. Ah. Er will nicht. Aua. Hat mich der gegnerische Gideon getroffen. Aber guck mal, die sind alle erst Level 1 oder 2 und wir sind schon Level 3. Also Level-Vorteile haben sie jetzt nicht dadurch bekommen. Weil die halt wenig EP bekommen dadurch, ne? Und Kartenpunkte haben halt auch halt erst 6. Aber so langsam kriegt die auch Last-Hits zusammen. Ah, so langsam. Logisch. Oh Mann, ey. Ich krieg aber keine Glass jetzt hier gerade. Oh, welcher? Oh, welcher? Achso, Enemy Tower. Ja. Ich hab kein Ward jetzt hier. Ich glaub, ich kaufe als nächstes den... Oder ich weiß es noch nicht. Nein. Okay, ich hab jetzt einen Twin Blast auf der Lane. Level 1. Noll. Okay, jetzt ist er Level 2. Das ist die hinter mir. Komm, kill ihn, kill ihn, kill ihn. Confusion. Wer ist das? Kalari. Scheiße, die ist unsichtbar. Ey, da muss ich in den scheiß Tümpel gehen. Ja. Ja, toll. Jetzt kommt sie hier von hinten. Ah, hier ist sie. Ah, sie ist weg vor mir. Ah, ich komm aber nicht dran. Wie viel. Ja, ich seh sie, aber... Fuckin Twin Blast, ey. Ah, die ist weggehüpft. Ist hochgehüpft. Ah. Lol. Mies, Alter. Ah, Mann. Okay, ich geh mal back. Ich hab sechs Punkte. Kann ich mir das erste Item schon mal voll machen. Scheiße. So, Item Nummer 1. Schattenschriftrolle. Direkt mal voll gemacht. Ähm. Jo. Und dann geh ich wieder auf die rechte Lane, da wo jetzt der Greystone hingeht, warum auch immer. Der greift jetzt mit Level 3 den Gideon an, der Level 4 ist. Aber Greystone hat halt... Ja, er ist sechs Punkte. Ich bin jetzt der Einzige mit neun. Nee. Ja, ich hab halt keine Last Hits. Oh, die sind zu dritt hier auf der Lane. Ja. Genau deswegen hab ich keine Last Hits. Okay, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. So, Ritze macht Krach im Jungle. Ich dachte mir, seid ihr eh da, so. Naja. Dann trauen die sich auch nicht. Also sind alle Miss, gell? Ihr müsst aufpassen. Aua. Gideon, hier sind zwei auf der Lane, ein Twin und Gideon, glaub ich. Ja. Aber die pushen schön nach vorne, das ist ganz geil. Der fucking Gideon, ey. Der muss doch mal irgendwie... Ist der oben? Ja, der ist hier oben. Wenn du den anspringen könntest und ulten, dann der Rest würde der GTFO klären. Da ist aber noch Stil. Ja, ja, ich seh's. Oh, fuck. Und Twin Blast auch? Egal. Ruhig bleiben und farmen. Ei, ei, ei. Einfach ruhig bleiben und farmen. Bitte. Feindliche Haves, da. Sensai ist rot. Sensai, den hatten wir doch schon mal im Team. Ja. Da hast du doch das noch. Der, 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 der hat einen anderen Namen. Der hatte noch Zahlen dahinter. Ja, ja. Hier ist Neil wieder unten. Gut gemacht. Ich denke, du denkst du Smith, also Iggy. Ja. Zwei Leute bei dir, ne? Ja. Der fucking Steel da unten, ey. Der soll mir mal nicht on the Nerves gehen. Ich bin jetzt erstmal nicht mehr da bei dir, ne? Im Dangle. Ja, ich bin bei mir im Tower. Ich bin der Gefährte, die hier. Ja, du musst dann auch aufpassen, gell? Weil Steel und Gideon sind Miss. Gideon ist wieder da, aber Steel nicht. Steel ist auch wieder da. Kommt jetzt Steel, kommt bitte. Ich will nur die letzten Last Hits hier haben. Hat natürlich nicht gereicht. Ja, Trimblas wollte gerade über die Hochcom ganken. Ja. Hätte schneller sein müssen. Ich gehe mal den Piss Rest hier aus dem Sammler holen. Ich kann hier in Ruhe meine Last Hits machen. Nein, die haben mich. Ich kann in Ruhe meine Last Hits machen. Ah, ist das scheiße. Ja, der hat die Ulti gezündet und dann hat Steel auch geultet. Und ich konnte ja nur eine abfangen, weißt du? Ja. Kacke, ey. Lauf mal nach rechts. So was nehme ich mit. Ich glaube, ich nehme erst mal den Stab der Härte mit. Ich laufe schneller. Hätten die lieber mal Metallbeine und keine Metallarme machen sollen. Was habe ich denn da gerade gemacht, ey? Jetzt habe ich einen Token verkauft und dieselbe Karte als Aufwertung mit reingemacht. Geiße. Oh, ist Steel in der Mitte. Geh in der Mitte und ganz viele in der Mitte. Komm mal. Oder gehe mal. Kriegt ihr den? Jawoll. Jawoll. Schön gemacht. Oh. Aua, 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 aua. Kalari. 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 Kriegt ihr den Steal? Glaube nicht. Geiße. Der hat keinen Mana mehr für den Meteor. Komm, dann pushen, pushen, pushen. Aua, aua, Steal. Kacke, nur noch zwei Minions. Da kommen noch mehr Minions. Twin Blast. Egal, ich gehe wieder auf meine Lane. Okay. Gehe ich mal wieder zurück auf meine. Ach, ja. Geh in die Mitte. Also, Last Hitze bin ich aber weit oben. Ich kam die ganze Zeit nicht dazu. Schön. Alter, wer ist das denn hier? Kalari, alter. Dumme Sau, ey. Sag jetzt, sie ist unsichtbar, die alte. Ne, noch sieht man sie noch, oder? Ne. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Komm runter. Nein, der Meteor. Oh, diese scheiß Kalari, ey. Hm, was nehme ich mit, was nehme ich mit, was nehme ich mit, was nehme ich mit? Stab der Härte oder Rüstung? Ich sehe gerade, ich habe hier gar kein Wort dabei. Hey. An enemy tower is under attack. Diggy is miss, links. Kacke, alter. Ah, ich hätte, ich hätte den Ball schießen müssen, aber ich war noch im GTFO, da muss ich das abbrechen, da muss ich, war ich voll verwirrt gerade, ey, kacke. Kalari ist bei mir hier links. Die kann doch gar keine Leben mehr, aber die ist backgeportet irgendwie. Jaja, die kam aus der Base gelaufen. Deswegen verziehe ich mich lieber an den Tower. Was geht da bei dir, Ritze? Lass mal nur wave clean. Hier ist noch ein Gideon, aber das steht ziemlich weit hinten. Da ist froh, er ist hier bei mir. Hier ist ein Steel unten. Pass auf. Gideon, geh weg, 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 weg. Oh, fuck you. Fuck you, 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 fuck you. Ah. Oh. Weg, 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 da, weg, da, weg, da, weg, da. Ich bin down. Und. Kalari guckt schon, ob die Hulten kann, also passt auf. Ja, den Sensei bestimmt. Ja, okay, sie bewegt sich wieder. Okay. Da ist sie auch schon. Wo ist die dumme Sau hin? Keine Ahnung, wo die ist. Komm, lauf zurück, Alter. Alter, die ist ja unsichtbar. Solange ihr im Teich seid, seht ihr die. Ja, wir sind aber nicht im Teich. Okay, er ist weg. Ich dachte, ihr steht oben drauf in diesem Teich. Links ist momentan auch keiner. Ja, rechts jetzt. Ich bin gerade am Red Buff dran und dann probiere ich rechts zu deffen. Komm, lauf doch, du fette Maschine, Alter. Was ist denn los? Okay, Tower gedeft. So. Wir sind da am fighten. Oh, 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 oh. Oh, fuck, das sind vier. Da kann ich nicht reingehen. Sorry, aber da gehe ich nicht rein gegen vier. Malari guckt auch schon die ganze Zeit. Ja, der ist tot. Ja, der muss ja mal ein bisschen aufpassen, der Kerl, ey. Was macht der denn? Sensei springt auch rein. Wird geultet. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Rennt doch alle. Jetzt wollt ihr auch noch gegen die anderen rein? Ey, ich will nur damit da aufpassen, dass da nicht gepusht wird, weil Chimera ist weiter links. Ja, links muss einer. Keine Ritze, du musst links verteidigen. Ja, ja. Okay. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Komm, sie hat schon ab. Probier's einfach, scheißegal. Nein, hat nicht gereicht. Bitte? Ein Schuss, Alter. Und der ist tot. Einen einzigen. Oh, oh, nein. Oh, Schlampe. Ich hätte besser reagieren müssen. So, ich muss zurück. Abgefuckt von diesem Twin Blast mit zwei Leben. Twin Blast mit zwei Leben? Ja, ich habe mich mit dem Twin Blast gefightet. Und der hat irgendwie mit knapp fünf Leben überlebt oder so. Ach so. Ich dachte, der hat den. Wonach ich den Iggy umgelegt habe. So, dann gönne ich mir doch noch eine Schattenschriftrolle. Boah, acht zwölf. Also dafür, dass wir am Anfang so auf die Fresse bekommen haben, haben die keinen Vorsprung gekriegt. Einer muss wieder links. Ach so, du warst tot. Ja, ja, ja. Oh, alles klar. Ähm. Ich mache den Harvester leer und dann gehe ich zu Greystone mit auf die Lane. Oh, links ist schon. Ja, ich kann nicht schneller. Oh, nee. Ich habe die Karte gerade nicht gesehen. Deal, weg da. Komm an und ab, drei Karten macht. Ja, kann ich gleich wieder umbringen. Das Deal kommt in die Mitte. Ja. Also aufpassen. Soll er doch kommen, der ist Deal. Okay, dann hab da. Oh, oh. Ich gehe rechts. Ich wollte links pushen, aber Halary ist hier. Die steht aber schnell weg. Oh, Mitte ist jetzt gar nichts mehr. Ja, Mitte wird noch geultet. Oh, shit. Halary ist ganz schön nervig, oder? Der weiß, wie man die spielt, glaube ich. Ja, die ultet halt die ganze Zeit nur gut. Ja, gut. Das ist ja auch das Hauptaugenmerk von ihr, oder? So, einfach in so ein Fight rein zu joinen. Ähm, gute Gegner, das hat mich vermuten. Am besten unsichtbar machen. Und so lange rumlaufen, bis die cooldown der Unsichtbarkeit wieder rum ist. Und dann erst von hinten rein. Drei, drei Schläge, ein Dolch. Doppel Salto, wieder weg. Eigentlich so ein Standard-Move. Oder halt die Ulti und das danach. Danach ist der Gegner eh tot. So ein Carry oder so. Ich bin links, aber gerade gut nah am Tower. Yo, Iggy. Alter, rotzt der mir die Ulti rein. Ich habe den gar nicht gesehen, den Depp. Okay, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Da kommen doch bestimmt noch mehr. Scheiße. Okay, ich bin tot. Scheiße, verdammt. Ich bin nicht mehr weggekommen. Ich habe den Tower. Ach, hier ist mein Schutztotem, ah. Biss mich auch direkt von hier. Ich glaube, Rüstung brauche ich hier nicht. Aber es ist gut, dass ich die dabei habe. Da fällt rechts wahrscheinlich, ne? Oder ist er rechtzeitig noch da? Gideon. Komm, solange ich auf der Lane bin, nehme ich mal den Board mit. Ich muss ihn ja nicht ausbauen, erst mal. Junge, Junge. Oh, bin ich ja auf dir gelandet, ah. Ich bin wieder auf dem Weg nach rechts. Gießt er dir nur ein bisschen an. Hauptsache meine Katze liegt unterm Schreibtisch und pennt. Äh, Mitte? Ja, ja, Katzen. Katzen halt. Ja, Mitte. Links def die Kalari. Geh mal gerade noch ein Ward stellen. Oh, was soll denn defen? Da ist ja kein Tower mehr. Zumindest der T1. Ja, da ist noch einer oben, ne? Unten ist Iggy und Scorch. Komm, Sensei. Schön. Mal nach links gelaufen so, falls die abhaut. Jo. Nice gemacht. Oh, der Gideon kann was. Ah, okay. Er hat gerade zwei Gegner gekillt. Ich bin bloß auf dem Weg hier hin. Aber egal, den holen wir uns. Au. Aua, aua, die Kalari hat mich. Oh, shit. Bin blass Mitte. Da hätte ich nicht alleine rumlaufen dürfen. Ja, ich versuche in die Mitte. Ne, der Tower ist down. Fuck. Irgendeiner näher dran. Bin tot. Das ist natürlich nicht die Antwort, die ich mir erhofft habe. Ich versuch's noch, aber... Ne, Tower ist down, aber Twin holen wir uns noch. Komm. Wer kommt in den Jungle? Durch den Jungle, durch den Jungle, durch den Jungle. Oh, ist geslowed. Bam. Schön gemacht. Ich den Riftbox kannst du nehmen. Ich hab nämlich noch einen. Wo ist denn der? Ah, ich hab ihn. Hat er eigengesammelt. Hat der den Tower gepusht, der Penner? Ich hab ihn da. So. Da kommt Steel von rechts. Iggy. Steel down. sind auch gleich alle da ja dann geht auch noch ok der einzige hier der in tower am drücken ist der wäre down gewesen aber sowas von ich habe auf kalari geschossen damit die dich nicht komplett umbringt der tower ist immer noch nicht da und nein nein er hat mich echt verfolgt als panda ey schön gemacht leute die 1-4 heute ist nicht mein tag für twin oder so haha die war hoey das deck ist aber auch scheiße es ist irgendwie voll einfalllos ja trotzdem noch fast auf die klasse kriegt gerade der andere hier der richter 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 ach ach also oder wer war das die stil stil ich würde sagen ja auch ähm jetzt kommen sie an so bei dir will ich noch pumpen eigentlich ne nein scheiße das ziel hat die den gtfo abgekriegt und ist nicht gestorben kommen ein paar pünktchen noch irgendwo her hier ich will nicht loslaufen jetzt und direkt die punkte beim unterfallen kriegen ach ich muss ruhig kurz warten warte sonst warte ich geh zum sammler ok nice rappel voll der sammler dankeschön ich bin dabei den ab komm q q q und jump ok jetzt weg 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 wo noch vier leute da ey bam und ulti wraith sound down boah wäre fast runter gekommen aber da kann ich auf jeden nichts machen da will ich nichts machen nee geh links den sammler leer machen in der mitte da genau den wer ist beschwert er sich oder was junge junge boah krass erschreckt mich nicht so mach ich doch gar nicht warum sind die überall wards alter eigentlich müssten wir die ganzen wards haben ja ich hab wards dabei für kalari ja ich hab meine schon verbraucht rechts ist der bp truman versuch mal hin zu kommen ja ich bin auch auf dem weg er ist weggegangen er ist weggegangen der steel kommt da auch hin dann komm ich wieder mit da sind ja drei rein nimmt sich den red oh twin blast und noch einer oh zensai down alter ist er runtergelaufen truman kommt von rechts irgendwo hinter dir ist kalari ja nein ja er hat noch kalari nicht noch irgendwo hier rumhüpfen neklari ist zum tower gelaufen ich hab sie gefolgt davon da ist noch einer ah da vorne ist er ok iggy komm hinterher hinterher geist joo ok minions 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 kann einer tanken ne fuck ich hab noch volle leben also ok er rennt rein auf den tower auf den tower Ich bin nicht da. Komm weiter vor, oder? Ne, wir haben keine Minions, alter. War auch echt gut angekratzt. Ja, ich auch. Alter, das war knapp. Ja, komm zurück. Wir sind alle fast tot. Die kommen jetzt alle nacheinander wieder und dann kommen wir auf die Schnauze. Ich habe auch 9 Punkte zum Ausgeben. Jo. Ich habe hier auch die falschen Items drin. Ich muss jetzt für den Crit-Bonus Lifesteal bauen, weil das Lifesteal jetzt momentan noch gar nichts bringt. Ja. Ich brauche die 50% Crit-Bonus, die auf dem Item sind. Mal links ein bisschen gegen pushen. Ja, links wäre gut, weil da haben wir noch den Tower. Ich mache den Harvester jetzt leer und Porte back, weil vielleicht habe ich dann... Ähm, 12 Punkte wieder. Und wäre dann Full-Build. Jo. Was? Echt? Jo. Ich bin bei 42 Punkten. Ich habe auch wieder keine Kills gekriegt dann. So, wenn ich jetzt hier drei Dreier mache, dann habe ich irgendwo drei... Dann kann ich noch einen Stab der Härte rausnehmen. Und eine Rüstung reinmachen. Ne, gar nicht. Hä? Hä? Was ist das für ein Bild, Alter? Mir fehlen drei Punkte am Ende. Hast du nicht selbst zusammengestellt? Ne, ich habe den von Agora, habe ich gesagt. Ich baue mir meine Decks immer selber. Warte mal, die Schattenschriftrolle. Ich habe mir noch nie irgendwas angeguckt. Wenn ich das mache? Doch, dann passt. Ich habe Dings rausgenommen. Ähm, eine Schattenschriftrolle und habe dann dafür... ein Tank-Item dabei mit Energie. Äh, Dings. Hätte vielleicht... Ja doch, Energie ist ganz gut. Oder ich hätte physisch nehmen sollen. Ja, kann ich ja... Kann ich ja gleich noch mal tauschen. Kann ich gleich noch mal tauschen. Ist ja kein Ding. Weil die haben ja eigentlich nur, äh, den Gideen und den Iggy. Und die machen jetzt nicht mehr so viel Damage eigentlich. Auf vier gegen drei da, aber den im Jungle. Ich bin auf dem Weg. Wenn es, glaube ich, ein bisschen voller gewesen wäre weiter links zu pushen. Kalari? Ah, ich komme, äh... Ups. Nein. Natürlich zerlegt es mich noch mal noch irgendwo an. Also Kalari hat mich gebummt. Nein! Die lebt noch, die Alte, die lebt noch. Ja, die haut auch ganz schnell ab. Oh. Oh, der hat sich weggeportet. Was ist das? Scheiße! Sie lebt noch einen Schuss, hätte gefehlt. Die hat bestimmt nur noch 20 HP oder so gehabt. Verdammte Axt! Ich höre hier in Backporten. Oh! Da! Nein! Verdammt! Oh! Ich brauche nicht mehr viel. Ich mache gerade die EP hier mit. Da habe ich sie mal schneller gefunden. Ich habe sie mal schneller gefunden. So, bin wieder da. Jo. Bin wieder am zweitmeisten gestorben, ey. Irgendwie sterbe ich zu oft. Ich weiß auch nicht. Bin so greedy irgendwie immer. Äh, machst wenigstens noch Kills dabei. Äh, kennst du das Spiel 4? Ja. Da war ich früher Weltmeister. Also jetzt ungelogen Weltmeister. Da war ich 17. Haben wir ESL gespielt und Clan Base Cup und sowas. Es war mega geil, ey. Das war so ein geiles Spiel. 4 Combat kam ja damals umsonst raus. Zum Download. Und, äh, wir haben eine Vierermannschaft gehabt. Äh, es waren zwei Finnen. Die sind gebürtig aus Deutschland, wohnen aber in Finnland. Und ein Holländer. Und wir waren quasi ein Vierersquad. Wir haben alles gerobbt, ey. Wir waren ESL Europa, Platz 1 bis 3. Im One on One. Ey, warte mal, die sind hier beim... Wir sind beim Dings. Nice. Boah, der läuft da rein. Schön. Einen hat er. Halten auf, halten auf. Confusion, halten auf. Kill die Türme, wenn du grad nichts anderes, auch kein anderes Ziel hast. Ja, ich wollte gucken, dass die Travel Mode kommen, aber... Nein, ich hab den Falschen erwischt. Okay. Fuck die Türme. Alter. Jawoll. Gideon, nice. Ich mach die Minions, dann können wir direkt pushen. Schön. Ups. Ups. Alter, jetzt zieht ihr die Ulti da rein. Ich hab keinen GT of O, leider. Nice, Ritze. Sehr geil. Durch pushen, durch pushen. Können im Kern auf jeden Fall Damage machen. Oder wir machen Orb. Komm, wir machen Orb. Orb, 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 Orb. Guck mal, wie lang die tot sind. Wir können das vielleicht schon finishen. Ne, Twin ist da, Twin ist da. Machen wir lieber Orb. Das ist schon gut. Und der Rest aber auch da. Ne, wir sind zu viert. Und jetzt kommen nämlich die anderen. Wir machen Orb. Ja. Komme. Ich fang schon mal an und dann musst du tanken, Kai. Ja, ich hab auch ein bisschen Lifestyle. Ich kann mich nebenbei hochheilen und dann tanken. Ja. Abnehmen. Ja, aus der Pisse da raus. Jetzt auch da. Na komm, Damage, Damage, Damage. Ja, ich bin voll geheilt. Lass mich ein bisschen tanken. Hau weiter drauf. Life Rack. Steal kommt. Okay. Weg damit. Lauf Richtung Base, ne? Ja. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen aber noch mehr. Geiße. Dann lauf, lauf zurück in die Base. Ah, die Kalari. Die dürfen nicht den Orb kriegen. Ich hab ihn nicht. Ja, die Kalari war zum Glück nicht schlau genug. Ihre Ulti zu nutzen, mich zu slowen. Geh zurück, geh zurück. Wenn du stirbst, ist der Orb back. Geh zurück. Be safe. Wenn die den Orb haben, dann machen die den Inip wieder ganz. Das ist scheiße. Dann lass ihn lieber auslaufen. Ähm. Bevor du stirbst. Weil ich mich gefragt hab, kann ich den einfach irgendwo hinlegen? Ja, wenn du dich back teleportierst. Ja, ich mein, kann ich den dann da liegen lassen? Wird der dann nicht reset? Der wird dann, der wird dann, ähm, wieder an den Ausgangsort, äh, hingebracht. Okay, ja, dann lass ich das lieber. Ja, sonst könnte man den einfach in die Base legen, das wär ja dann auch blöd. Hört ihr manchmal auch dieses Plätschern, wenn's ganz leise ist? Was? Ich denk manchmal, da trinkt jemand was, aber ich hör manchmal so'n Plätschern. Hat jemand grad von euch was getrunken? Nein. Gerade nicht. Du, Ritze? Ritze ist tot. Ja. Er ist ertrunken, das war das Geräusch. Hahaha. Jetzt gleich rückt die Feuerwehr wieder aus hier. Wird gern Red Buff machen, aber irgendwie... Okay, die sind alle da, ja. Komm, wir pushen links. Mach Red Buff und dann gehen wir links pushen. Wird's egal, wir geben den nicht ab, wir müssen den nicht abgeben. Eigentlich mache ich Schaden. Kalari push halt links, weil die kann sich ja dahin porten. Ja. Der Sensei und so wohl unbedingt... Wie lange hast du, wie lange hast du noch? 60 Sekunden. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Kalari ist backgeportet. Der soll da weggehen, wir machen das nicht. Das lohnt nicht. Hat Ritze ein Disconnect? Nein, nein, ich bin da. Ah, da ist er ja. Weil du dich nicht bewegst. Achso. Sehe ich auf Toilette. Ah, ja. Ein Angstschiss hat er gemacht. Jetzt ist er alleine dahin gelaufen, oder was? Naja. What the fuck, was ist mit ihm? Er ist da irgendwo rumgelaufen. Dann blieb er hier. Oh, rechts wird gepusht. Komm jetzt, lauf. Puh. Puh. Fuck, ich muss hier weg. Okay, rechts ist nix... äh, links ist nix mehr mit pushen. Krass, Camera ist ja auch da. Doch was. Doch. Was? Treffe ich den denn nicht? Wo will er hin? Äh, wo du... äh... Ups, bin schon reingelaufen. Ich hab Twin geholt. Eeei... Nein! Der eine Schuss. Da soll mal einer sagen, Lifestyle lohnt sich. Beteil ich mich im 100 Leben. Ja. Beteil ich mich im 100 Leben. Ja. Power down. Der rechte Inhib ist jetzt auch gleich. Der rechte Inhib ist jetzt auch gleich. Also wird jetzt angegriffen von uns. Ja, bin jetzt am linken. Ja, der schmeißt nen Mauer. Verdammt. Ich lauf einfach hinter die Mauer. Haha. Muss man selber beeilen, ah. Aua. Krieg ich Tower Ulti... Ach, Tower Akku, obwohl ich den nicht angegriffen hab. Wollte ich kotzen an. Ah, der Inhib ist down. Fuck, Kalari hat mich gekillt. Egal, ihr habt den Inhib. Weißt du, ich hab einen Punkt zu... wenig nachher. Beziehungsweise einen Punkt. Das ist Spanded, glaub ich. Ja. Verdammt. Ich will den Sammler Lämmer. Ja. Sehr gut. Reicht das? Nee. Ja, reicht. Reicht. Achso, das meinst du. Ja, aber die Punkte. Einer über. Könnte ich kotzen, ne. Tauch jetzt auch mal die Rüstung gegen physische. Wäre da vielleicht ne Idee, ja. Alter, er probiert den Inhib allein zu machen, ey. Hail. Können theoretisch gleich einfach alle mal ein Recht zwischen Jungle Backdoor, ne. Achso. Das geht voll easy. So, ich habe auch hier Full Build, ja. Komm, komm, komm mit. Wir machen, wir machen links. Ja, ich hab einen Red Waffe am klauen. Und ich habe mich nicht verrechnet. Nice. Oh. Ja, ich habe 60 von 60. Ah. Du. Glückspilz. Habe ich aber auch. Ja, ihr matte Streber. Dein Quatsch. So, hier sind ein paar Gegner. Ja. Ich bin on my way. Treff den Depp nicht, ey. Okay. Fuck, Alter, der Twin Blast. Komme. Schön gemacht, willst du? Alter, der Twin Blast ist das schon Jungle abgehauen. Jo. Ich komme dir noch nicht hinterher. Warum wir jetzt hier durch pushen? Ganz im Ruhiger draußen bei mir. Bis eins machen die ja scheiße. Minions sind ewig weit hinter uns. Ah, ne, doch nicht. High Steel. Boah, soll er sein Schild aufstellen? Ja, ein bisschen zu früh. Jetzt hier ist schön zerjagen. Schön safe spielen. Die müssen verteidigen gehen. Sobald die in der Unterzahl sind, schlagen wir zu. Danke fürs Mana. Nummer eins. Ah, nicht. Haben sie auch. Fuck. Bam. Jo. Kalari. Knall die ab, die Alte. Finn. Ja, sehr schön. Pass auf, die Minions ist auf. Komm, nur noch Seel lebt. Ne, nur noch Twin. Fuck. Selbst der ist nicht mehr lange dabei. Ja, ein, ein Crit von mir ist der drin. Ich bin tot. Komm, finish'n jetzt. Ja, ja. Such mal, wie viele Minions da sind. Nicht Portabag. Wir haben gewonnen. Leise Runde, Leute. Ja. Etwas holprigt zwischendurch, aber... Ja. Läuft doch. Nein, ich will nicht noch sterben. Nice. Ich bin noch der Twin mit. Komm, schieß, schieß. LOL, du hast'n noch. Was doch immer so richtig... Also, was mir oft passiert, ist ganz einfach. Ey, wenn ich tot bin, wird das Match auf einmal gewonnen, so, ne? Ja. Dann denkst du dir auch, hey, 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 hey. Ja, aber ist ja ehrlich so, denkst du, jetzt bin ich tot und die gewinnen, naja, sagt ja viel über mich aus, so, ne? Hahaha. Hahaha. Gut, Pamarillos. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Denkt an den Daumen und, äh, stay bam! Oh, ich hab' irgendwas completed, glaub' ich. Irgendeine, irgendwas hab' ich bekommen, oder? Möchtest du mal nachgucken? Eine Kartenpackung. Ne, ich hab' nichts bekommen. Aber ich kann eine kaufen, komm, wir kaufen noch eine schnell hier. Kartenpackung. Ja, übrigens, ne, wo wir dabei sind, ich habe mittlerweile über 300.000 Rufpunkte und, äh, knapp 40 Packungen, äh, 40 Kartenpunkten. Boah. Ey, ich hab' ne neue Karte! Bei Heraphim! Wie machst du das denn bitte? Ich spare die ganze Zeit, ey, schon seit, weiß ich nicht, zwei Monaten aber halt, ne? Und, ähm, ich hab' eigentlich alle Karten, die ich so brauche, um normal zu spielen, sehr, äh, weit, ne? Ja. Und ich könnte auf jeden Fall auch echt ein paar Kartenpackung vertragen, gar nichts los, weil, aber ich hab' keinen Bock so irgendwie jetzt. Das ist schon so viel, dass ich auch noch weitersparen kann, bis ich überhaupt gar keinen Bock mehr hab'. Boah, ich hab' grad' volle gute Karte bekommen, irgendwie, ne? Also, die passive ist cool. Jegliche erhaltene Heilung wird mit 15% erhöht. Auch Lebensregeneration und Lebensraub. Ich stelle dir mal vor, bei Chimera. Oder bei, bei, äh, Rampage-Ult. Okay, taz! Ist ja so... Böööööööööööööö